Im Angesicht des Todes verstummen plötzlich die Stimmen des Zweifels. Eltern, Frauen, Kinder, gefallene Kameraden. Alles ist fort. Und was bleibt, ist Klarheit. Krieg. Wenn man ihn in seine Bestandteile zerlegt, wird er zu einem Spiel mit Nummern. Manchmal sind diese Nummern auf deiner Seite. Manchmal sind sie gegen dich. Und manchmal führen einen diese Nummern in die Irre. 9. Juni 1944. Von den 112 Männern beim Sturm auf den Damm von La Fierre hat es nur einer lebend auf die andere Seite geschafft. Einer hat geschafft, was vielen nicht gelungen ist. Aber manchmal macht ein Einzelner den Unterschied. Gute Landung, Gruppe Abel. Wo zum Teufel ist Kraft? Hier, Gruppe Abel. Bewegung. Können es kaum erwarten. Haltet nach der Gruppe Baker Ausschau. Los geht's. Den Feind ausgemacht. Ein Reine ausgeschaut. Siehe vernickelt. Bewegung. Feuer. Feindbeschuss. Los, Gruppe Abel. Bewegung. Feuern und vorrücken. Unterseite des Feuers. Feuert sie unter den Fleck. Jungs, macht sie fertig. Setzt alles in Bewegung. Die Einheit ausgeschaltet. Jeder sucht sich ein Ziel. Sucht euch eine bessere Position. Die Crowds angreifen. Wir kämpfen, um zu siegen. Vergiss das nicht. Gruppe Abel in Bewegung bleiben. Bewegung, Gruppe Abel. Bewegung. Glaubt ihr, Gruppe Baker ist gesprungen? Die Deutschen, Arie, behalten Deckung. Lungs, passt auf, wo sie hinschießen. Die MG hat die Gruppe Abel festgenagelt. Baker, schaltet sie aus. Los, wirft die Granate. Heiß es rauf. Bewegung, Gruppe Baker, Bewegung. Schaltet die MG-Stellung aus. Der Damm darf nicht fallen. Der Damm, Kraft, worauf warten Sie? Brauchen Sie eine Extra-Einladung. Sammeln Sie Ihre Gruppe. Weiß der Geier, wo die 509. abgeblieben ist? Wir können jetzt nicht länger auf sie warten. Wir müssen die Straße auf dem Damm einnehmen. Die Jungs am Strand brauchen sie. Zuerst müssen sie das Landgut erobern, das den Damm sichert. Ist das erledigt, stoßen wir in Richtung Chef Dupont vor und erobern diese Seite des Brückenkopfes. Von dort aus geht es über den Damm. Und wenn die 509. ihre Arbeit gemacht hat, dann ist Kokini bereits erobert. Rechnen Sie mit starkem Widerstand, sowohl beim Landgut als auch am Wasser. Die Deutschen wissen, dass wir kommen. Sie werden uns die Hölle heiß machen. Kraft, enttäuschen Sie uns nicht. Wir hören. Gruppe Baker, haltet die Waffe auf und platzt Wachstab. Gruppe Able auf Patrouille. Vor uns sind noch mehr Crowds. Aufpassen! Unterdrückungsfeuer! Bewegung! MG, ausschalten! Werft ein paar Granaten über die Mauer! Feuer! Jagd sie zur Hölle! Bewegung! Bewegung! Gruppe Baker, jeder sucht sich eine Kommandierung! Das Ziel! Ich bin nicht mehr. Mist! Körnach! Feuer aus automatischen Waffen! Sucht euch eine bessere Position! Man setzt nicht alles in Bewegung! Kontakt! Maschinenpistolen feuerbereit machen! Crowds aufgeregt! Gruppe Able in Bewegung bleiben! Feuern eignen wir es denen! Jagd sie in die Luft! Sie sollen zur Hölle brauchen! Sie sollen zur Hölle brauchen! Die Gruppe Able! Schnell! Bewegt euch schnell, aber vorsichtig! Wir sind die Besten! Rein da, Jungs! Bleibt in Bewegung! Los, Gruppe Able! Leute und Feindausrichtung! Sie lassen ihre Befehle! Sie lassen ihre Befehle! Sie lassen ihre Befehle! Es ist alles in Bewegung! Die Gruppe Able! Hier, Gruppe Baker in Bewegung bleiben! Gruppe Baker, los! Rein mit euch! Die Splinte raus! Und wurf! Schnell! Gruppe Baker, achtet auf eure Kompromisse! Die Gruppe Baker, rein da! Wir sind auf Widerstand gestoßen! Die Bastarde sind erledigt! Es wurden Maschinenpistole-Magazine mit Hör... Raus hier! Nach draußen! Diese Crowds sind schlecht ausgebildet. Weiter geht's nach Chef Dupont. Mörser! Sie haben uns im Visier! Verteilt euch! Bewegung! Rutsch! Steh unter dem Wehrbeschuss! Bewegung, Gruppe Edel! Bewege! Alarm! Feindbeschuss! Gruppe Baker in Bewegung bleibt! Gruppe Edel! Es wird siehstreich sein! Habt keine Angst mehr! Aufschätzen! Gruppe Baker! Wir haben sie alle ausgeschaltet! Jeder besetzt ein Fenster und schießt ein Stück weit! Bewegung, Gruppe Baker! Los, rein mit euch! Das Rücken wird geschlossen! Sie sind hinüber! Den Klaus haben wir es gezeigt! Die Salzen aus den Maschinenpistolen der Gruppe Edel sind von nun an... Feindliche Einheit ausgeschaltet! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Die könnt ihr von der Liste streichen! Crowd Einheit erledigt! Feindliche Gruppe ausgeschaltet! Stehen unter entgegenbeschuss! Nach draußen! Zeigen wir es denen! Los, Gruppe Edel! Bewegung! Sucht euch eine bessere Position! Granate weg! Sie schießt auf uns! Feuern und vorrücken! Aufstehen, Soldat! Und nachladen! Ist das Feuer? Reinst du nicht? Rück zu! Die Crowds haben Kokini eingenommen! Sie kommen die Straße entlang! Leichte Panzerverbände im Anmarsch! In Deckung! Gruppe Edel! Aufstehen, Soldat! Los, Gruppe Becker! Wir erledigen das schon! Auf Patrouille! Bewegung! Bereit für den Kampf! Bewegung, Gruppe Edel! Bewegung! Gruppe Becker hält sich bereit! Hier, Edel! Vorstoßen! Schnell! Schnell! Wir verfügen nun über Panzerabwehrgewehre! Bereit! Los geht's! Hier, Gruppe Becker! Nichtet das Ziel! Die Crowds nähern sich unserer Position! Der Damm darf nicht fallen! Nimm die Ziele mit dem Panzerabwehrgewehr aufs Korn! Schaltet dieser Panzer aus! Ganz egal wie! Feuchtliche Einheit vernichtet! Wie laut Leere Befehle! Waffen entsichern! Wie laut Leere Befehle! Gruppe Edel! Wir sind die Besten! Aufstehen, Soldat! Huah! Das Ziel wurde ausgeschlagen! Große Becker! Bewegung! Zeigen wir's denen! Gruppe Edel! Aufstehen, Soldat! Ich weiß nicht, Herr von Ranger! Bewegung, Gruppe Becker! Bewegung! Wie laut Leere Befehle! Wir erledigen das schon! Angriff! Airborne Ranger! Habt keine Angst, Männer! Bleibt in Bewegung! Wie laut Leere Befehle! Wir werden beschossen! Die Gruppe Edel wird siegreich sein! Hier geht nirgendwo hin! Gruppe Becker! Schießt diese rasselnden Stücke! Renn mit dem Klaus seiner Lektion! Flankiert sie! Feuchtliche Einheit! Habt Leidung! Verlansagt sie! Sie ist nicht, Herr Becker! Ihre Gruppe benichtet das Ziel! Bewege mich von dir aus auf zwei Uhr! Bewegt euch schnell und leise! Auf die verdammten Abstände achten! Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Lassen Sie ihn verschwinden! Wir erschießen keine Kriegsgefangenen! Er hat sich ergeben! Die 509. hat es nicht geschafft, Kugini zu sichern! Das heißt, wir können für diesen Deutschen kein Babysitter spielen! Rühren, Private! Schaffen Sie den Gefangenen rein! Nicht so lange ich die Gruppe Becker führe! Was für eine Zeitverschwendung! Wir erschießen ihn und hauen ab! Nein! Bitte! Bitte! Wollen Sie Zigaretten? Ich habe welche! Hast du was zu fressen, Kraut? Ja! Brat uns doch ein paar Schnitzel, Fräulein! Überall sind Fallen! Nicht zu anfassen! Bitte! Sprechen Sie Englisch! Nein! Nein! Nicht den Schatz! Nicht den Schatz! Nicht den Schatz! Nicht den Schatz! Oh, scheiße! Du hast mich zwei Männer gekostet, Kraft! Wegen eines verdammten Krauts! Ich weiß noch nicht genau wie, aber das wirst du wieder gut machen! Sie starben im Einsatz! Es hätte jeden von uns treffen können! Du schuldest den Männern etwas, bevor du ins Gras beißt! Ich habe nicht vor zu sterben! Wir sind alle so gut wie tot, Kraft! Wir alle! Das Problem ist, dass manche von uns es noch nicht wissen! Wenn du das glaubst, warum machst du dir Gedanken, warum interessiert dich das noch? Weil du mit ein bisschen Glück an einem schönen Ort stirbst, mit deinem Gewehr in der Hand und deinen Kameraden an deiner Seite! Das wollen wir mal! Gib mir Deckung! Willkommen in Kokini, meine Herren! Hier sammeln! Gruppe bereit! Die Aufklärer der 509 melden eine Ansammlung von deutschen Einheiten vor Kokini. Sie bereiten einen Gegenangriff vor. Wir sollten zurück nach Chef Dupont. Die schmale Straße ist leichter zu verteidigen. Wir sollen die ganze Straße sichern, nicht nur die Hälfte. An den Hauptstraßen Verteidigungsstellung errichten. Wir müssen Kokini unter allen Umständen halten. Okay, Mädels, holt Hammer und Nägel. Verstanden. Wir haben einen Bauauftrag. Wir sind immer kampfbereit. Hier, Emel! Los geht's! Wir brauchen eine Sprengladung! Gruppe Becker hält sich bereit. Hier, Gruppe Emel! Hier, MG-Trupp! Verfolge Ziel! Hier, 82. 57 Millimeter zu diensten! Schnell! Nachladen! Bereit für den Kampf! Gruppe Emel nimmt das Ziel! Die Deutschen kommen! Die Deutschen kommen! Wir da! Bewegung! Gruppe Emel! Wir sind die Besten! Feuern und Vorrücken! Geht alles! Wir brauchen Munition! Schafft noch einen! Wir sind alles! Bewegung! Bewegung! Wie lauten Ihre Befehle? Bewegung, Gruppe Emel! Bewegung! Bewegung! Bewegung, MG-Trupp! Hey, Dunlop! Wir hören! Sieh zu, dass die Waffe geladen wird! Die verdammten Crowds versuchen, uns zu flachieren! Ich brauche meine Lektion! Ich habe kein gutes Gewicht! Ich bin auf eure Formation! Feuer eröffnen! Zeigen wir es denen! Es ist alles in Bewegung! Wir lauten Ihre Befehle! Befehle! Feuer! Keine Angst, Männer! Wir erledigen das schon! Zeigen wir es denen! Verdammt gute Arbeit! Ziel zerstört! Der Damm darf nicht fallen! Bewegung! MG, bereit! Ach, was ist denn nun schon wieder? Bewegung! Hier, Gruppe Baker! Wir erledigen das schon! Gruppe Able! Jeder sucht sich ein Ziel! Anze ab, der Gruppe unter Weichbeschuss! Die Gruppe Able kann nun besser mit ihren Maschinen beschäftigen! Dann teilen wir den Crowds an der Lektion! Bewegung! Gruppe Baker! Bewege! Hier, Gruppe Baker! Bewege! Hier, Gruppe Baker! Anze ab, wir bereit! Schieb! Verdammt noch mal! Schnappen Sie sich diese Gurte, Private! Die Gruppe Baker hört sich! Vorstoßen! Schnell, schnell! Können es kaum erwarten! Bewegung! Pioniere bereit für die Schlacht! Verstanden! Sandsäcke fertig! Ich kann die Dinger nicht mehr sehen! Der Stützpunkt wird angegriffen! Feindliche Einheit ausgefallen! Panzer ab, der Gruppe unter Feuer! Sie sind weg! Wir haben sie aufgehalten! Fürs Erste! Sie werden sich neu formieren und einen neuen Versuch starten! Legt Minen und Sprengladungen auf den Hauptstraßen! Gute Idee, Craft! Wer weiß, was da als nächstes über die Straße auf uns zurollt! Versucht die Jerrys zu umgehen! Den Franzosen wird nicht gefallen, was wir mit ihrer Straße machen! Kampfbereit! Ich sagte Bewegung, Pioniere! Los! Bewegung! Ich will, dass ihr hier Minen verlegt, und zwar ordentlich! Alarm! Rückbeschluss! Die Volksbelegung ist eine Stellung in den Verschrauben genommen! Der Draht wird die Deutschen fürs Erste aufhalten! Mist! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Meine Putzkolonne her! Hier liegen tote Crowds rum! Wie lauten ihre Befehle es denn? Gruppe Baker in Bewegung bleiben! Schnell! Schnell! Wir erledigen Hörschung! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Wir sind hinüber! Wir haben verletzt es! Gruppe Baker in Bewegung! Bewegt eure Augen auf und bleibt wachsam! Ich weiß nicht hier! Aber es hat ja die Front von einem Motorrad und den Arsch von einem Hartstreck! Bereit! Los! Hier springen die Gruppe und abmarschen! Sieht euch schnell und leise! Die Gruppe Able wird kanzreich sein! Wie lauten ihre Befehle? Wir kämpfen um zu siegen! Vergesst das nicht! Gruppe Able in Bewegung bleiben! Neu zum Feind ausrichten! Der Feind rückt uns auf die Pelle! Und der Stützpunkt wird angegriffen! Bewegung! Vernichtet das Ziel! Los! Okay! Setzt alles in Bewegung um zu siegen! Vergesst das nicht! Ich wurde getroffen! Gebt mir Feuerschutz! Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache, Sarge! Habt keine Angst, Männer! Die Assaults anzupfen! Erfangen! Bewegung! Angriff! Zeig mir den! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Gruppe Able! Bewegung! Infanteriegesichte! Die Gruppe Baker hört sie! Vorrücken! Wir greifen an! Wir müssen uns, wo der Panzer nicht so beschissen genug wäre! Wechsle Stellung! Feuererlaubnis! Gruppe Baker! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Wir haben ihre Befehle! Wir haben sie! Wir haben sie alle ausgeschaltet! Die Gruppe Baker kann nun die Veteranen-Panzerabwehr-Taktiken anwenden. Los geht's! Gruppe Baker wachsam bleiben! Feuern sobald bereit! Kontakt! Verdammt! Sie sind hier! Ich habe einen Heidenbus geschaltet! Gruppe Baker achtet auf eure Formation! Waffenmannschaft bereit! Hier, Able! Gruppe Baker, haltet eure Augen auf und blatt wachsam! Los! Gruppe Able auf Patrouille! Belegt euch schnell umhalt! Vorsicht! Wir schießen auf uns! Weitere Gruppe ausgeschaltet! Neu zum Feind ausrichten! Neu zum Feind ausrichten! Verteilen wir dem Crowd seine Lektion! Flankiert sie! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Ich will eure Maschinenpistolen hören! Bewego! 750 Millimeter zu Diensten! Schiebt verdammt nochmal! Schnappen Sie sich diese Gorte, Private! Wir hauen von hier ab! Bereit! Gruppe Baker! Die Grouchs! Schießt diese anderen Stöcke! Einer will los! Bewegung, Gruppe Able! Bewegung! Bewegung! Gruppe Baker wachsam bleiben! Los geht's! Nur die Ruhe bewahren, Jungs! Hier, Gruppe Able! Bewegung! Vorstoßen! Schnell! Schnell! Bereit für den Einsatz, Sir! Bewegung! Bauauftrag abgeschlossen! Für die Armee muss es reichen! Los! Hier, 82. Gruppe Able auf Patrouille! Bespricht die Gruppe Baker! Los geht's! Vorstoßen! Schnell, schnell! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Zeigen wir's denen! Schnell! Los geht's! Die Gruppe Able! Oh Gott, sehr Dank, sie haben nachgelassen! Bleibt wachsam! Sobald die Hosen wieder trocken sind, kommen die zurück! Hier, MG-Trupp! Denkt daran, dass ihr die Gegend im Auge behaltet! Der Maker hält sich bereit! Sie sind ja doch noch zu was, Nutze! Nicht zu glauben! Wir sind eh so gut wie tot! Reden Sie so weiter, hab ich irgendwann Respekt vor Ihnen! Achtung! Sie werfen uns alles entgegen! Behaltet die Nerven! Der Stacheldraht ist verlegt! Die Krauts beschießen uns... Die Krauts beginnt mit Artillerie! Auf Patrouille! Gruppe Baker in Bewegung! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Gruppe Able! Wir sind die Besten! Bleibt in Bewegung! Setzt alles in Bewegung! Los, Gruppe Able! Wir haben die Bewege! Wir haben die Bewege! Wir haben die Bewege! Sie schießt auf uns! Sie splinten raus! Habt keine Angst, Männer! Airborne Ranger! Gruppe Able! Wir sind die Besten! Wir sind die Bewege! Wir sind die Bewege! Wir sind die Bewege! Wir sind die Bewege! Die Bewege! Wir sind die Bewege! Gruppe Baker in Bewegung bleiben! Die Splinte raus! Die Gruppe Hebel! Feuern ist hoch! Wir sind die Bewege! Erledigen das schon! Wechselstellung! Bewegung, Gruppe Baker! Handliche Krippe ausgeschaltet! Die Krauts rücken ab unseres Ständers denn? Sucht euch eine bessere Position! Jeder besetzt ein Fenster und schießt! Der Veteranenstatus der Gruppe Baker hat ihre taktischen Sinne geschaffen! Los, Gruppe Baker, raus mit euch! Vernichtete das Ziel! Setz alles in Bewegung! Steh unter Gewehrbeschuss! Jog sie in die Luft! Sie sollen zur Höhe bauen! Jeder sucht sich ein Ziel! Die Gruppe Ebel wird siegreich sein! Gruppe Baker! Feuer! Gruppe Baker, achten Sie auf eure Formation! Befeindliche Einheit ausgeschaltet! Befeindliche Einheit ausgeschaltet! Befeindliche Einheit ausgeschaltet! Vergiss das nicht! Granate! Wie laufen Ihre Befehle zusammen? Zur Bestellung steht unter schweren Feindlichen wieder auf die Beine! Keine Angst, Männer! Sie fassen sich von der Hälfte streichen! Befeindliche Einheit erledigt! Wegen Sie! Wegen Sie! Wegen Sie! Wegen Sie! Wegen Sie! Befeindliche Einheit ausgeschaltet! Befeindliche Einheit ausgeschaltet! Sie sind auf die Infanterie! Airborne Ranger! Bewegung Gruppe Baker, Bewegung! Wir sind die Besten! Sie vernichten! Was soll ich bauen? Es sind zu viele! Wo verdammt nochmal kommen die her? Wir gehen an der östlichen Seite des Dams in Stellung! Verschwinden wir von hier! Ich bin einheit ausernichtet! Kontakt nochmal! Oper Ebel! Keine Angst, Männer! Wir laufen Ihre Befehle! Wir sind die Besten! Oper Ebel! Bewegung! Alles okay! Cloud Infanterie schießt auf uns! Was ist los? Tut euch die Hände weh? Ich gehe in Stellung! Hier! Lauf! Lauf du, dämlicher Bastard! Wir sind mit der Überzahl! Holland! Wir sind damit, Mary! Wir sind fast zu Ende! Wir sind mit Tom! Wir sind damit, Jan, nochmals! 근 Die Niccolo, Williams, Waffen und Munition. Stoppt die Panzer! Setzt alles ein, was ihr noch habt. Sprengladungen, Haftladungen, einfach alles. Wir müssen den Damm halten! Ihr MG-Trupp, mach mich auf den Weg! Schnappen Sie sich diese Dorte, Privals! Lasst uns spazieren gehen! Waffenmannschaft bereit! Haltet eure Köpfe unten, wir wechseln die Stellung! 57 Millimeter zu Diensten! Schiebt verdammt nochmal! 57 Millimeter zu Diensten! Ich habe mich an den Wissen, der am Strand abgelaufen ist. Schiebt verdammt nochmal! Die Gruppe Baker hört sie! Gruppe Baker wachsam bleiben! 57 Millimeter zu Diensten! Haft los mit dem Ding! Bereit für den Einsatz, Sir! Ja! Los, los, bewegt euch endlich! Hey, Dagnon! Ich weiß nicht, dass die Waffe geladen wird! Mörser, hier! Die Crown Town ist auf uns abgesehen! Werde getroffen! Airborne Ranger! Mach sie alle! Verschade! Bastard! Gruppe Baker in Bewegung bleiben! Die Gruppe Baker! Bewegung, Bewegung! Ich brauche Audition! Ich brauche die Einheitsausgabe! Die flautende Batterie schießt auf uns! Gruppe Baker! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Bewegung, Gruppe Baker! Bewegung! MD! Wir müssen in Deckung legen! Ziel zerstört! Bowser, hier! Einpacken! Wir rücken nach! Weitere Einheit ausgeschalten! Gut gemacht, Leute! Ziel vernichtet! Der Kürzpunkt wird geschossen! Wir müssen hier! Da ist noch mehr! Die Ergärung! Wir müssen geschossen! Die Ausweichtaktiken der Airborne Ranger sind nun verfügbar. Munition wurde ausgedreht. Sprengladungen verfügbar. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Wir werden von den Kroos aufs Korn genommen! Wir legen unseren Rewerbeschutz! Pass auf der Truppe unter Feindbescheidung! Eine weniger! Wir erledigen das schon! Bewegung, Gruppe Baker! Gruppe Baker, wachsam bleiben! Wir werden getroffen! Wir lauten ihre Befehle! Wechsel Stellung! Ich habe mich einmal ausgeschaltet! Und den Kopf keiner hier lebt! Ausgeschaltet! Wir werden mit den Kroos aufs Korn! Wir werden mit den Kroos aufs Korn! Pioniere unter Beschuss! MG bereist! Panzerabwehrgruppe unter Weistbeschuss! Bestätige! Ziel ausgeschaltet! Stehen unter MG-Beschuss! Phosphor-Munition wurde ausgeschnitten. Ihr werdet besorgen! Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sie sind fertig. Der Weg über den Damm ist dicht. Die sind nicht so blöd, jetzt vorzustoßen. Geschafft, Männer. Geschafft. Ich... ich kann nicht glauben, dass wir ihn zurückgelassen haben. Wenn wir dort geblieben wären, wären wir jetzt alle tot. Und dann, Meloni? Wir gehen wieder rüber. Was? Das soll wohl ein Scherz sein? Von da kommt keiner mehr Leben zurück? Spätestens um 0900 haben wir den Damm und den Ort Kokini gesichert. Rot euch aus. Angriffe Morgengrauen. Wir haben keine Zeit mehr. Die vierte Infanterie braucht die Straße. Die erste und zweite Gruppe bilden die erste Angriffswelle auf Kokini. Die dritte und vierte folgen ihnen. Der macht Witze, oder? Der kann doch niemanden da rausschicken. Hört nicht auf zu laufen. Folgt einfach nur der Mann vor euch und bleibt in Bewegung. Mein Gott, die nehmen sie auseinander. Ich kann nicht glauben, dass ich für diese beschissene Straße mein Leben riskiere. Bewegung! Bewegung! Sprung auf! Waschmarsch! Mir nach! Und keiner bleibt stehen! Das ist verrückt. Schafft mich auf die andere Seite! Los darüber! War es verrückt, in die deutschen Linien zu laufen? Vermutlich. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht. Einer müsste der Erste sein. Das musste ich sein. Er hat es geschafft! Wir liegen unter dem Wehrbeschubt! Er hat es geschafft! Wir können hier nicht! Keine Stellung! Wir müssen darüber! Nehmt das, ihr verdammten Deutschen! Vorwärts! Sprengladung! Wurf! Wir rücken ab! Bewegt mich darüber! Feindliche Einheit ausgeschlossen. Airborne Ranger! Feuer! Bewegung! Feuer! Nehmt das, ihr verdammten Deutschen! Bewegt mich darüber! Die Deutschen ziehen sich hierhin zurück, zum Schloss Grey. Unser erstes Ziel ist, die Straße von feindlichen Stellungen zu räumen. Das zweite ist, die feindliche Artillerie auszuschalten. Sobald sie zerstört ist, gehen wir zum Sturmangriff auf Schloss Grey über. Bringen wir es zu Ende. Abrücken! Panzerabwehrgeschütze ausschalten! Wir müssen den Weg freimachen! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Stehen unter Bischos! Wechsle Stellung! Feindbeschuss! Runter! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Wir müssen den Weg freimachen! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Wir müssen die Artillerie ausschalten! Ich will nicht wissen, was die Geschütze mit den Jungs am Strand machen! Eine gute Idee. Runter! Stehe unter Gewerbeschuss! Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache kraft! Ihr Kraft! Nehmt das, ihr verdammten Deutschen! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Es wird Zeit, dass wir handeln! Wir müssen von der Liste streichen! Crowd Einheit erledigt! Macht schon, Männer! Ich gebe nie Besettung! Wir haben Feindliche Einheit ausgeschaltet! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Wir müssen die Erkölzer nicht aufgeschaltet! Wir müssen die Erkölzer nicht aufgeschaltet! Weiß euch zusammen, Ranger! Die Veranstalten, die ein heiteres Ziel schießen! Wir müssen die Erkölzer nicht aufgeschaltet! Sie greifen uns an! Verlieren ist für Airborne Ranger keine Option! Wir genießen mit hinter uns! Feindliche Einheit ausgeschaltet! In Bewegung! Das Missionsziel hat Vorrang vor allem! Nebelwand steht jetzt zur Verfügung! Fuck! Die hätten mich fast erwischt! Verdammt! Da kommen noch mehr Browns! Weiter! Wir können hier nicht Halt machen! Macht weiter, Airborne Ranger! Macht weiter, Airborne Ranger! Macht weiter, Airborne Ranger! Wiener, kümmert euch um eure Verletzungen! Macht ihr alle! Ich bin rausgefallen! Ich komme! Es wird Zeit, dass wir alle auf Kontrolle! Auf Kontrolle! Zielen ausgeschaltet! Wir sind bei der Mauer! Die Betäubungsgranaten! Gute Arbeit, Männer! Aber haltet euch bereit! Wir sind noch nicht fertig! Wir nutzen die Verbände! Und wenn es das letzte ist, was ich tue! Es wird Zeit, dass wir Schloss Grey sichern! Letzter Vorstoß! Jetzt kommt's drauf an, Männer! Wir sind das, ihr verdammten Deutschen! Able Company 1! Crowds 0! Ziel ausgeschaltet! Hey Rangers! Wir haben es auf uns abgesehen! Feindbeschuss! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Nehmt die Bastarde aufs Koch! Das Ziel geht hinüber! Da! Den Crowds haben wir es gezahlt! Das ist das für die Auge! Stellt euch nicht dran, Error Ranger! Bewegt mich da rüber! Und wenn es das letzte ist, was ich tue! Was wollen Sie? Verstanden? In Bewegung! Der Damm gehört mir! Wir müssen vorstoßen! Ich gebe niemals auf! Bewegung! Wurf! Wechsle Stellung! Wir nehmen unsere Stellung aufs Koch! Hier ist der Kampf! Wir haben euch gefehlt! Der ist der Kampf! Wirst die auseinandernehmen! Stellung! Ich glaube davon erholen die sich nicht mehr! Erf'n! Herrbom! Ranger werden beschossen! Schaff'n! Schaff'n! Das ist der Panzer der Wilson überreutert! Ich halte mich einheitlich! Ich halte mich einheitlich! Sehr gut, Jungs! Braust seine Lecken! Nehmt das, ihr verdammten Deutschen! Feuer! Schießt ihn in Stücke! Wir werden von den Krauts aufs Korn genutzt! Wir werden von den Krauts aufs Korn genutzt! Wir werden von den Krauts aufs Korn genutzt! Bereit! Artillerie! Wir sind auf! Wir sind auf! Bewegt mich da rüber! Benutzt die Verwände! Wir werden von den Krauts! Ihr werdet alles schlafen! Hach'n Männer! Hach'n Männer! Ein Soldat hat mal zu mir gesagt, dass man spürt, wenn man einen guten Ort zum Sterben gefunden hat. Dann würde sich der eigene Tod nicht mehr wie ein Opfer, sondern wie eine neue Chance anfühlen. In diesem Moment würde man es verstehen. Alles wäre klar. Es wäre eine leichte Entscheidung. Eine Entscheidung, die andere fällen. Wenn hunderte Leben auf dem Spiel stehen, was zählt da ein Einzelnes? Manchmal macht der Einzelne den Unterschied. ein Mal mit einem Schiff. Ich würde noch etwas die Zeit schlafen. Was ist das? Winkler? Das war mir nicht!